Ich freue mich ganz doll, jetzt auf der Bühne grüßen zu dürfen, Sebastian Müppel. Einen wunderschönen guten Nachmittag, liebe Freunde, liebe Unterstützer. Ich bin gebeten worden, so ein paar Sachen hier zum Thema Sicherheit zu erzählen und was ich darüber denke. Und da habe ich gedacht, das ist vielleicht eine ganz gute Idee. Das machen wir. Das Mikrofon ist ein bisschen höher. Ja, jetzt ist es höher. Also ich bin gebeten worden, ein paar Sachen zum Thema Sicherheit zu erzählen und was ich darüber denke. Nun, dann mache ich das. Fange ich vielleicht mal mit dem an, was mich ärgert. Und mich ärgert am meisten, dass diese CDU immer von Humanität und Ordnung redet. Die reden von Humanität und Ordnung. Und dann schauen wir mal in die Zeitung und dann können wir mal sehen, was vielleicht unter Humanität und Ordnung zu verstehen ist. Ich meine, die regieren ja dieses Land. So, Zitat Nummer 1. Erst klaute er und dann biss der Libyer den Dresdner Polizisten blutig. Nummer 2. Sicherheitsmitarbeiter haben einen Mann mit gezogenem Messer festgesetzt. Nummer 3. Im Schneeberger Flüchtlingsheim haben Bewohner, Wachleute mit Messern angegriffen. Nummer 4. Als der Zwölfjährige sich weigert, die Tasche zu öffnen, soll einer der Jugendlichen mit einem Messer ihn bedroht haben. Täterbeschreibung, dunkler Tarn, dunkle Haare, gebrochenes Deutsch. Oder nach einer Schlägerei in der Diskothek hat die Staatsanwaltschaft gegen 8 beschuldigte Anklager erhoben, darunter 6 Syrer und 1 Türke. Ja, liebe Freunde, solche Sachverhalte, die stecken hier dann immer hinter diesen Zahlen. Das sind Leben, das sind Opfer, das sind Leute, die damit klarkommen müssen, mit dem, was sie hier erlebt haben. Aber so eine Zahl in der Statistik, das ist dann einfach bloß eine emotionslose Zahl, die nehmen wir zur Kenntnis oder dann ist sie weg. Aber klar ist eben auch, das ist die Folge von der sogenannten Humanität und von der sogenannten Ordnung, wie die CDU sie hier in Sachsen praktiziert. Und was ergibt sich denn daraus? Was erleben wir denn in diesem Land? Wir können ja unsere Grenzen nicht schützen, aber wir müssen alles anschützen. Supermärkte werden von Wachpersonal gesichert. Wo gibt es denn sowas? Die Security, die fährt in der Straßenbahn mit, die fahren in den Bussen mit, weil die Fahrgäste fernbleiben. Bahnfahrer weigern sich, ihre Bahn zu fahren, wenn kein Sicherheitspersonal dabei ist. Und da frage ich mich für diese Humanität und Ordnung, wer kommt denn da eigentlich für die Kosten auf? Ja ganz klar, ihr alle kommt für die Kosten auf. Jeder einzelne, wie ihr hier sitzt. Und wenn es nur eine Bratwurst ist, die ihr heute mehr essen könntet, aber das Geld wird für andere Sachen rausgegeben, weil das Leben nämlich teurer wird. Alles wird auf den Kunden am Ende des Tages umgelegt. Und das ist eine Sache, die können wir nicht wollen und damit muss endlich Schluss sein. Ihr wisst ja, unser Land wird sich verändern. Ihr kennt diesen Spruch, ja? Von Katrin Göring-Eck. Unser Land wird sich verändern und zwar drastisch. Und ich freue mich drauf. Und ich frage mich manchmal, ob es wirklich noch Leute gibt, die sich wirklich über die Zustände freuen, so wie sie heute in diesem Land sind. Also, tja, was ist denn jetzt so bunt geworden? Bunt, ja klar, bunt. Ja, der Stahl, der glänzt natürlich abends dann im Scheinwerferlicht. Das Blut auf dem Bordstein, das hat natürlich auch eine Farbe. Und die Tränen, in denen der Regenbogen schimmert von den Opfern oder von ihren Familien, auch das kann man vielleicht noch irgendwie unter Bunt verstehen. Jedem müsste eigentlich klar sein, dass es hier einen ganz dringenden Politikwechsel braucht. Aber da drüben in diese Richtung, im Sächsischen Landtag, da sind immer noch Leute, die sagen, das ist wunderbar. Es ist doch nicht bunt genug. Wir schicken keinen nach Hause und da kann er machen, was er will. Und diese Leute sitzen da drüben in der Grünen-Fraktion. So eine Politik, und das wird mit der CDU zusammen gemacht. Es ist unfassbar, was in diesem Land läuft. Es ist wirklich unfassbar. Und Michael Kretschmer äußert sich dann stolz über seine Arbeit in der Kenia-Koalition. Okay, er erzählt jedem was anderes. Also, wenn er es hören will, dem sagt er, wie schlimm das mit Kenia ist. Aber den nächsten Tag sagt er wieder, ist total toll, wir haben eine sehr gute Arbeit gemacht gemeinsam. Und wir würden die natürlich auch fortsetzen. Dem Nächsten sagt er dann, er will auf gar keinen Fall mit den Grünen. Nun gut. Die sagen also, sie haben gute Arbeit gemacht und unser Land sei sicher. Aber da frage ich mich, in welcher Welt lebt denn dieser Herr Kretschmer? In welcher Welt lebt denn der Herr Innenminister Schuster, wenn Sie der Meinung sind, dass unser Land, dass unsere Straßen, unsere Plätze immer sicherer geworden sind? Wie kann man denn stolz darauf sein, dass die Menschen Plätze meiden? Wie kann man stolz darauf sein, dass Frauen öffentliche Verkehrsmittel meiden und abends von der Arbeit von ihren Männern abgeholt werden müssen, weil sie sich alleine nicht rauskommen? Wie kann man denn stolz darauf sein, dass man auf der Prager Straße Bögen und Gruppen von arabischen Jugendlichen machen muss? Das ist das, was ihr erlebt. Das ist das, was wir erleben. Das ist das, was das wirkliche Leben ist. Und seid ihr mit mir einer Meinung, dass diejenigen, die dieses alles verzapft haben, mehr Freizeit brauchen, um auch dieses echte Leben kennenzulernen? Wollt ihr, dass diese Leute dieses Land weiterregieren? Ich sehe, wir sind uns einig, da kann ich jetzt ja gehen. Nein, ich wusste aber auch, dass ihr Sachsen-Helle seid. Und ich komme ja aus Görlitz und auch die Schlesier sind helle, es sind noch ein paar heute hier. Also auch nochmal ein ganz besonderer Gruß an diese Gruppe. Ich weiß, dass ihr dieser Regierung nicht mehr auf den Leim geht. Und da kann Herr Kretschmer kurz vor der Wahl das AfD-Programm kopieren und hoch und runter beten, wie er will. Es wird nicht mehr funktionieren. Denn wir haben nicht vergessen, dass die CDU sich in den vergangenen Jahren jeder Maßnahme verschlossen hat, die wir gefordert haben und die sie jetzt kopieren. Sie kommen jetzt um die Ecke und erfinden neue Sachen. Jetzt wollte eine sächsische Grenzpolizei. Sie befordern jetzt alles das, wo Sie uns im Landtag fünf Jahre lang erzählt haben, dass man das alles nicht machen kann. Was ist denn daran glaubwürdig? Diese Truppe ist unglaubwürdig. Sie sind einfach nur hilflos. Seit 34 Jahren regieren Sie dieses Land. Seit 34 Jahren haben Sie keine dieser Maßnahmen, die Sie jetzt fordern, umgesetzt. Aber ab morgen, da geht's los. Wir erinnern uns an den Volkseinwand. Dieser Volkseinwand, den hat Herr Kretschmer vor der letzten Wahl gefordert. Er kam nie. Er hat uns versprochen auf den Plakaten tausend neue Polizisten. Die tausend Polizisten kamen nie. Und deswegen sage ich an dieser Stelle auch ganz klar, nein, auch zu den Forderungen der CDU und auch zu der CDU-Forderung einer Asylobergrenze von 60.000. Nein, das können wir so nicht machen. Wir müssen hier ein klares Stoppzeichen setzen. Sowas machen wir nicht mit. Denn die Obergrenze heißt nicht 60, nicht 30, nicht 10. Denn unser Ziel heißt Null Asyl in Sachsen. Und dafür wollen wir alle Hindernisse bezeichnen, damit das noch nicht funktioniert. Liebe Freunde, lasst uns von hier aus und von heute an alle Sachsen erreichen, damit dieses Land möglichst wieder vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Und damit unsere Kinder und unsere Enkel auch eine rosige Zukunft haben. Denn die Bedrohung ist nicht ein Klimawandel, der sich vielleicht irgendwie in 100 Jahren auswirkt, sondern die Bedrohung ist heute, sie ist morgen, sie ist hier und sie ist jetzt. Manchmal hat der ein oder andere von euch aber auch das Gefühl, vielleicht den Staat zu sehr zu kritisieren, wenn er dann immer mit den Vorwürfen konfrontiert ist. Manch einer fragt sich, bin ich vielleicht der Geisterfahrer? Und sind die anderen alle richtig unterwegs? Aber da sage ich euch, macht euch klar, wer diesen Staat kritisiert, der wird diffamiert und der wird bekämpft. Und keine Lüge ist schlimm genug, als dass sie sie nicht über uns erzählen könnten. Und es werden Lügen gesponnen, wir werden immer schlimmer, die anderen glauben, die lügen ja mittlerweile sogar selber. Und dann werden Demonstrationen gegen uns organisiert, die wir dieses Land ja eigentlich beschützen und retten wollen. Demonstrationen werden vom Staat organisiert. Protest von der Regierung und mit der Regierung gegen die Opposition. Das ist kein Zeichen der Sterne. Das ist kein Zeichen der guten Demokratie. Das ist ein Zeichen purer Hilflosigkeit einer abgewirtschafteten Elite und ihrer Künstler. Und deshalb sage ich euch, versteckt euch nicht, zeigt euch, zeigt Gesicht, habt keine Angst, liebe Freunde. Es ist in Ordnung, was ihr denkt und es ist in Ordnung, wenn ihr das Gefühl habt, dass irgendwas faul ist im Staat der Sachsen, Deutschland und vielleicht auch Dänemark. Es ist in Ordnung, für den Frieden zu sein, ohne ausgegrenzt zu werden. Es ist in Ordnung, für Freiheit und Selbstbestimmung zu sein, ohne ausgegrenzt zu werden. Es ist in Ordnung, selber zu denken und die Maßnahmen der Regierung zu hinterfragen und auch zu kritisieren. Es ist in Ordnung, gegen diesen Gendermahn und gegen diese Wognis zu stehen, die aus Amerika eingeschleppt wurde. Es ist in Ordnung, unsere Familien zu unterstützen und unseren Kindern eine gute Zukunft zu bieten. Es ist in Ordnung, unsere Grenzen zu sichern, unsere Leute zu schützen und Recht und Ordnung wieder durchzusetzen. Und genau das ist das, wofür ich stehe, das ist das, wofür die AfD steht und das ist das, wofür wir alle zusammen die nächste Woche kämpfen werden, damit dieses Land endlich wieder das wird, wie wir uns es vorgestellt haben und so, wie wir es als Kinder auch erlebt haben. Herzlichen Dank.